also auch werden wir die kerl jedoch geben wir mal nein ich wollte nicht die nicht aber werten wir die mal auf das kostet mich weil sie nicht hat mich dass irgendwas gekostet ich weiß es nicht 2000 aufwerten ist ja es hat mich an deutlich was kostet nur hier steht kein feiner miliz habe ich also mit miliz ist schon aufgewertet und die ganzen kerl hier ich kann jetzt nur also fünf königskleife kann ich kaufen 1008 wie es und nächste runde kaufe ich noch irgendwas laufen und gegner irgendwas machen lassen heute läuft aber auch ein umweg der könnte da hinten über den zaun springen dazu da zurück laufen aber nein er macht es sich kompliziert und läuft sind gigantischen umweg um die ganze karte also ich werde gleich auf jeden fall nicht nach links zurück laufen sondern einfach nach rechts irgendwo weiter und naja vielleicht komme ich noch mal nach links irgendwo vorbei vielleicht ist da ja noch was spannendes moment habe ich kein geld aber einheiten will ich alle hier haben vor euch ankomme und für 1500 kriege ich es fehlen noch zwölf bauern ja die hole ich mir nächste runde wenn den helden hat könnte der auch mal so langsam meinen wird obwohl ach so tut seine ganze vier hinten die will ich abschlachten naja gibt es dann schlachten die computer spieler haben früher soweit ich weiß dazu geneigt irgendwie mehrere helden zu machen die dann eher schwächlich sind weil die ja die weil er seine armee aufgeteilt haben muss dafür die letzten paar bauern gekauft frames sind auch schon bei 7 6 5 3 2 1 0 nein ich bin noch bei drei ach das ist nervig und ich habe keinen schimmer was ich dagegen machen kann ich will gleich eine schmiede was kaufen ich will gleich eine ballisten heil und ein heilzelt also 3000 gold will ich gleich haben ich habe aber gleich keine 3000 gold schade also will ich da lieber eine balliste oder lieber ein heilzelt ja balliste ist cooler kann ich mit der bliste eigentlich inzwischen selbst zielen ich glaube das habe ich noch nicht gelernt das werde ich dann lernen sobald es mir angeboten ah nein das ist viel zu teuer ich will diese kerle auf den body 200 jetzt die kann ich alle aufwerten wo der schaden ist jetzt auf 13 ich habe kein schimmer wieder vorher war hat er irgendwelche spezialfähigkeiten schießt erschießen ist klar präziser schuss dabei bei schüssen das größere nähe weniger als zwei fehler ist zum ziel richtig die kreatur größten schaden an weil der verteidigungswert das angesichts nicht berücksichtigt wird aha ja wann ist ein gegner schon mal so nah dran ohne dass man fernkampf benutzen muss und er hat nicht mehr einen streuschuss so die greifen kommen jetzt dazu und die beiden kann ich nicht zusammensetzen also die kerle kann ich auf keinen fall aufwerten das ist zu teuer zwar jetzt sehe ich 2300 kostet nein jetzt habe ich das geld für die kerle ausgegeben dabei wollte ich aber liste kaufen dafür bleibe ich jetzt stehen ich bin balliste die runde verschwende ich dafür weil ich glaube ich ballisten toll finde oder zumindest mal ausprobieren muss ob ich die balliste toll finde und jetzt aber ich kann die kerle also die jetzt habe ich zweimal es gedrückt ja jetzt wo ist hier der nächste beste gegner da ist irgendeine hütte was konnte die ach so ja laufpunkte wieder herstellen bewegungspunkte nicht laufpunkte laufpunkte klingt komisch lauf du laufpunkt 31 holz 0 erz so muss das aussehen das klingt als würde die auf der stelle galoppieren naja das ist zumindest nicht so nervig wie bei einem shooter ich kann ja einfach die ganze dabei reden und das problem ist halt nur dass es irgendwie stunden dauert und das kann doch nicht sein wie kann der denn so schlecht ist mein computer nicht das liegt an fraps irgendwie so ich entweder ich brauche an das aufnahmeklamm oder weil ich habe eigentlich auch irgendwie 30 also aufnahme 30 30 frames pro sekunde also recht niedrig und auch also eigentlich ich habe mir auch schon irgendwas zu fraps angeguckt gelesen gesehen aber das verdukelt bei mir trotzdem wie scheiße habe ich das jetzt ich dachte ach so ich dachte ich habe das mit dem gewirkspunkt bewegungspunkt voll wieder auffüllen das ist ja ich bin schwer enttäuscht die hätten mein pferd auch mal mit mir komplett neues pferd geben müssen ja dass das sind diese miliz kerle 50 stück sogar ich kann sie nur nicht anklicken zumindest wird schwer ja okay jetzt hat ach so das sind okay das quälgeister jetzt das so die greife sind zuerst mit an ich will nicht obwohl ich will schaden die machen die machen die machen zwei schaden das sind 24 stück der hat 35 leben er da würde einer sterben obwohl je nachdem wie meine verteidigung ist vielleicht auch nicht aber wir müssen es ja nicht das hier nicht will ja nicht direkt scheinbar das gehen wir es doch und es war sinnvoll ist es zu riskieren aber aber liste da hinten war gleich die balliste auch daran ich glaube ich kann jetzt habe ich aber doch einen verloren die wirst hat 12 schaden 22 bis 45 also 12 an das 22 bis 45 schaden so steht bei ihr auch viel schaden macht nein die haben keine angriff die haben nur schaden oder doch die haben angriff und schaden 3 bis 5 ach so verstehe ich nicht ja doch irgendwie von der helden beeinflusst dann erhöht sich der schaden dann dadurch oh ja dass die balliste ist nicht zu schlecht aber ich habe gleich verloren ich meine ich werde um meinen greift weinen kann man gleich eigentlich auch irgendwas welche tollen hyper über spezial fähigkeiten würde ich jetzt was bauen naja offensichtlich nicht wenn ich jetzt bogenschützen kaufe ich habe keine lust mehr bei dem gedrucken das ich werde an dieser stelle ab und ich gucke noch mal ob ich irgendwas finde weil bisher die letzten zehn let's plays da war die letzten zehn meine ich war alles genau so und es rückte ab und zu aber nicht durchgehend so wie jetzt das lässt sich jetzt gar nicht mehr spielen tschüss